und weiter geht's wir probieren es noch mal neu den dürft die ja die ordnungshüter da so ein bisschen auf dem gewissen haben also 70.000 sollen wir noch mal erreichen das war doch so schön verkackt haben versuchen wir es heute noch mal neu also schwer ist es nicht so was man so die produktion wie sie erreicht aber nicht mit den jungs da an der backe es handelt sich um ein Chevrolet Kamau halte die Augen auf unsere Zielperson ist noch da draußen aber ich dann überraschere es die wieder schon dass da der nächste da gegen kommt ja das war's ja ich weiß ich dass ich kann ich will doch nur ein bisschen driften ja ich hab's verstanden mittlerweile so jetzt bist du weg jetzt hoffe ich dass ich mich mal in Ruhe habe so so Das war's für heute. Ja, ich nicht, aber danke. So, jetzt hoffe ich, dass ich wieder im Slow habe. Also eben hatten wir doppelte Menge, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir zumindest die Zielpunkte. Jetzt heißt es nur, dass das Ding irgendwie da halt sicher nach Hause bringen. Okay. 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 Ist mir fast klar, dass mir noch da irgendwie einer vor die Nase zieht. Oh, da vorne ist die Tankstelle. Und den Kopf. Boah, Alter, geht ihr mir auf Nisse. So, ich packe die Karre mal gerade hier, dass der mir die bitte nicht auf die Nisse aus dem Sack geht. Ich bin nicht da. Ja. Hauptlos ab. Da muss man das Hand mal kurz unterbrechen, weil da kommt schon der nächste. Also die suchen hier wirklich gerade das Gebiet nach mir ab. Scheinbar. Ja, was soll ich machen? Das Problem ist, ich kann die Karre nicht gerade halten. Jetzt ist er wieder. So, das Auto ist nicht immer gerade richtig gerade zu halten. Aber den Kopf nicht los. Und ich bin froh, wenn ich diese Fluche nicht besiegt habe. Diese Strecke. Also wie gesagt, jetzt. Einmal mit dem. Mit dem Lambo vertan. Den Kopf geht. Mit den Kopf zu ermitteln sich angelegen, die einen da am Ende rausgehauen haben. Jetzt scheinen wir es tatsächlich zu bekommen. Aber es ist erst dann vorbei, wenn es wirklich vorbei ist. Die 200.000 sind mal locker und überboten. Ich denke, hier haben wir sogar was 300.000 holen können. Aber dann sind wir vielleicht mit 220. Na, nicht mal. 2016. Aber die 18.000. Warte mal. Die sichere ich gerade kurz. Bis vor jetzt irgendwie noch was entgegenkommt. Oder wieso, weil sie da irgendwie... Bis vor jetzt irgendwie noch was passiert. Nimm ich dir lieber. Wird die Punkte Garage aufsuchen. Punkte. 36.000. Damit müsste es eigentlich ein Level abgeben. So, eigentlich müsste es locker ohne Probleme mit 2,5 oder was. 2,2. Aber Level ab. Level ab. Also 2 Level haben wir noch. Dann sind wir endlich auf der Stufe 30. Und dann können wir auch mit der Story ja nicht weitermachen. Und wir haben ein neues Auto. Was haben wir denn? Eine Viper. GTS. Ein Porsche 911 Turbo. Uh. Ein McLaren. Den Audi A8. Der McLaren. 570 S Spider. Ferrari. 458 Italia. Lamborghini Huracan. Ich glaube ich werde ein... Was würde mir denn ein Lambo bringen? 64.000. Warte mal. Was kostet der McLaren? Das interessiert mich gerade. Ich will hier gerade den Lambo 1 zu tauschen und den McLaren zu holen. Einer der beiden. Wir haben ja zwei neue Autos. Keine Sorge. Ich bin nur kurz rausgegangen um zum Dings zu gehen. Autohändler. Wo ist denn der Autohändler? Hallo. Entschuldigen Sie. Wo sind Sie? Hallo. Da unten. Ich muss was gucken. Ja. Keine Sorge. Ich gucke nur gerade. Was der Lambo bringen würde. Also 164 Punkte Lambo. Ok. Es bleibt ein DB11. Warte mal. Wer ist denn der hier? SE8 Wurzel. DB11. Ok. Klammer. 570 S. 291. Was bringt denn der Lambo mir? Huracan. Den habe ich nicht. Ne. Warte mal. Welchen Lambo habe ich denn jetzt gekauft überhaupt? Warte mal. Ich habe ja eine der letzten oder? Ne. Warte mal. Die habe ich ja gerade jetzt freigeschaltet die Wagen oder nicht? Warte mal. Wischen habe ich denn jetzt? Welchen Lambo? li轟? Ich warte mal pro didn to one the Lambo. Ich will den mal mit dem Lambo. Ok. Warte mal. W passa mal. Wischen habe ich denn da? Ist das der hier? 232? Oder welchen habe ich denn? claimed necessarily zwei da. VIII. scheinbar ich glaube den habe ich in dem performante her 295 der lambos schlechter der 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 mcclavin schlechter vermehrt wir brauchen ein bisschen kohle wir brauchen immer geld ich habe lambos bei da glaube ich auf jeden fall oder den 8 ich glaube ich würde den 291 der würde sich lohnen 291 der lambos weniger working spider den habe ich ja definitiv lohnt sich der würde sich lohnt 222 würde sich lohnen hier der lambe der 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 570s das heißt wir bräuchten nur 17.000 ja gut plus das tuning plus das tuning das heißt wir müssen rennen fahren theoretisch haben wir noch irgendwo drifts hier der würde 21.000 bringen nur den schnell reise machen ich muss ein bisschen driften damit haben wir leicht kohle verdient das machen wir das jetzt so gerade weil ich brauche die kohle ich will den wagen haben ich roll das auto ich verticke jetzt den lambo gleich also was heißt gleich irgendwann und dann hole ich mir den 570s wie klein wenn der noch ein paar bessere werte hat als der lambo hier so dann haben wir hier wird zum thema wir brauchen level start 45.000 pipi fax die kriegen wir ohne probleme hin zwei runden ich will zwar nicht drauf hätten aber ich vermute dass wir die 45.000 schon auf der ersten runde haben so 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 auf jeden fall wie gesagt nochmal der neue racer wird der megler 570s werden der hat deutlich bessere wert als der hurricane kostet 200 nein quatsch 164 182.000 kostet der glaube ich wenn ich richtig gerichtet habe 18.000 mehr die kohle die kohle ich meine die 121.000 habe ich gerade in das auto hier reingesteckt die ich eben hatte ich hätte das kohle locker drin gehabt schon äh was habe ich gesagt ich würde nicht drauf hätten dass wir die schon nach der ersten runde haben wir sind noch nicht mal durch mit der ersten runde wir haben jetzt 76.000 aber ich will das auto haben definitiv deswegen fahre ich jetzt tagsüber rennen um die karte zu fahren und dann gehen wir wieder in die nacht das ist eh immer spontan wie ich dann wie was ich mache fast sozielt jetzt mich habe da wir eh beides brauchen kohle und reputationspunkte wir sind ja jetzt schon level 28 zwei level noch ich meine nachdem dürfte es hier feierabend wenn ich jetzt bin ei 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 was willst du denn von mir und das gute am tag sind weniger cops die einmal so auf die nüsse gehen ich glaube die dürfte es mit dem zeitfahren sind glaube ich richtig cool zu verdienen von den gehen die auch verdammt schnell das war aber jetzt keine absicht das war immerhin das war jetzt jetzt es ist das war jetzt also oder eine 50 am ende mein locker fast das vierfache geholt vielleicht kannst du keine kohle verdienen so wir haben jetzt 23.000 wenn ich jetzt den Lampe verkaufe muss ich wieder nachgucken muss ich jetzt wieder nachrechnen ich will gucken was der andere für Werte noch hat und danach mal mal frei habt so Auto hin in den letzten beiden Folgen haben wir nicht viel geschafft zumindest was das meist mit den Rändern durch aber sehr gewisse ist egal so der 570s Lambo äh quatsch der der äh quau wer war der denn McLaren da den möchte ich unbedingt haben den 570s und der andere 271 ne quatsch das ist ein anderes Auto 570s Beider McLaren ja 291 28345620 ja der hat nur ein Ding mit einer Beschleunigung 34 aber seit der Geschwindigkeit gar nichts das ist kein Unterschied deswegen werde ich den nehmen der kostet mich 181.000 wenn ich 164.000 damit habe ich die Kohle auch drin deswegen werden wir den Lamborghini verkaufen und den Dings holen und dann werden wir keine Rennen fahren dann werden wir wirklich nur drüften die ganze Zeit in der nächsten Folge auf jeden Fall also äh Garage ich brauche Garage ey Garage ja wir brauchen ein neues Auto wie gesagt die Kohle zum Tune haben sowieso die Retreater drin das ist relativ schnell verdientes Geld so und das ist auch gut so bei bei treuer Lambo aber ich habe mir fix vorgenommen dass ich mir definitiv viel mit leveln hole weil es einer meiner Meinung nach der geilsten Autos ist und ich werde auch schon mal wissen was für ein Design ich nehme so wo ist der Autohändler ich brauche einen Autohändler ich will das Auto haben aber wir haben jetzt keinen Racer mehr quasi wir haben ihn ja verkauft gerade 187.000 schnell reise dahin und jetzt gib mir das Auto wir sind schon ziemlich am Ende der Folge 291 hat der Fagen wo sei denn der Lambo oder mein Auto mein Auto mein Auto gib mir ja den möchte ich verwenden noch möchte auf jeden Fall den Unterschied dass er nicht die Leistung hat die er die der Lampebraucher hat ich will reiseabziehen in die Garage auch das hilft im Feierabend machen das Tunein machen wir ja nix beziehungsweise die Renn fahren und dann werden wir das Tunein und dann in den nächsten voll gern machen ja ich weiß nicht welches Design der kriegt so ja haben wir so was habe ich ja ein Inventar uh ich habe ja ein Inventar ich kann den ja schon aufbauen den Wagen weil ich habe ja die Kohle ich habe ja die meisten Sachen schon gekauft weil dann brauche ich eigentlich noch mal alles kaufen füllen wir gerade auf streckendifferenzial das Rennlänge ich glaube ich zumindest nicht soviel zutäme machen das Tunein in der nächsten Folge Bam 322, ich weiß gar nicht was die Lambo hatte, Auspuff, Zubola da drin, NOS auch, Fahrwerk drin 329, wir haben ein Auto und ich habe nicht mal Geld ausgegeben für den Wagen. Also, außer der Landschaffung. So, 329, ich glaube wir waren vorher bei 341. Weiß gar nicht, wie weit war, weil wir das nochmal hochgepusht bekommen mit dem Lambo, ich weiß, dass wir niedriger sind, 340 und Turbolader. Ja, die müssen wir da wegreifen, Streckenreifen, ja. Egal, scheiß drauf, 12 Punkte schwächer, aber egal, was die Werte oben angeht, haben wir es auf jeden Fall verkackt. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ich muss mich mal jetzt mal Feiern machen. Tschüss. 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 Tschüss.